Hallöchen und Willkommen zu einem klitzekleinen Infovideo, StarCraft 2 betreffend. Da ich schon des Öfteren angeschrieben wurde, wann kommt mal wieder StarCraft Content, meine Antwort war, wenn ich mal wieder Zeit für habe. Und vor allem, ja mein Mikrofon macht momentan leider mucken bei StarCraft, weshalb auch immer. Das verstellt sich automatisch, sobald im Ladescreen ein bestimmter Punkt überschritten ist, also sobald das Spiel kurz vor Anfang ist. Verstellen sich die Einstellungen sowas von grotesk, das ist grauenhaft, das möchte ich niemandem antun. Und deshalb habe ich mir überlegt, es kommen StarCraft Sessions, kein Problem, nur werde ich dann halt nicht mehr kommentieren. Das heißt, ich werde einfach zocken, irgendwie, was weiß ich, mich irgendwie abends hinsetzen, drei Stunden oder was aufnehmen oder so. Und einfach am Stück die dann in Stücke schneiden und die dann so hochladen. Dabei, ja je nachdem, falls jemand möchte, dass ich drüber kommentiere, bitte schreibt es mir in die Kommentare oder so, dann kommentiere ich das nach. Ist auch kein Ding, nur habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich nicht kommentiere, dass ich dann auch besser spiele. Weil ich mich dann nicht so aufs Kommentieren konzentriere, sondern eher aufs Zocken und da sind dann die Ergebnisse auch ein bisschen besser. Und ich verliere nicht ganz so oft. Und ja, auf jeden Fall, StarCraft wird wiederkommen, definitiv. Nur halt entweder unkommentiert oder nachkommentiert. Ich werde mal ein Spiel so, ein Spiel so hochladen und mal gucken, was besser ankommt, was euch besser gefällt. Wie auch immer. Und ja, das war es dann auch schon von meiner Seite. Und, achso, um das kurz zu zeigen. Nein, Ranked bitte. Ja, ich habe Unranked Terra gespielt, um die letzten zwei Level zu machen, noch so nebenbei. Ich bin Rang 87 mit 142er Bonus Pool. Ich glaube, ich habe knapp zehn Spiele gespielt und zwei gewonnen. Also, naja. Ich bin etwas schlecht geworden. Ah, sieben Spiele gespielt. Okay. Das erste Spiel, was ich gewonnen habe, war das Spiel, was mich direkt in Gold platziert hat. Also, das... Oh Gott. Placement Match. So. Und dann habe ich erst mal wieder fünf Spiele verloren und gestern, glaube ich, eins gewonnen. Von daher, naja. Auf jeden Fall, das war es erst mal von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.